Für jeden Zug an der Zigarette gibt man ein Stück seines Lebens auf, aber abgerechnet wird leider erst am Schluss. Jeder Zug ist ein kleiner Tod, hat meine Mutter gesagt. Mit 66 Jahren ist sie gestorben, Herzinfarkt. Ich habe mit dem Rauchen angefangen, weil es in der Schule die einfachste Methode war, dazu zu gehören. Eine Ecke vor dem Kollegstufenzimmer war als Raucherecke deklariert worden, also verbrachten die coolen Kids dort ihre Pausen. Ich wollte männlich rauchen, wie die einsamen Helden aus dem Kino, wie Humphrey Bogart. Die Zigarette zwischen Zeige- und Mittelfinger zu halten, das war Lauren Bercall. Also hielt ich sie mit Daumen und Zeigefinger mit der Glutrichtung Handfläche. Sie lässig im Mundwinkel baumeln zu lassen, gelang nie. Der Rauch stieg mir in die Augen oder brannte in der Nase. Bis zum nächsten Mal. Du sagst, gerade schon, wie sich vorne oder für Freunde aufgeizend für den Entschte Birthday- und Real make- repräsentiert. Aber mich ist die Frage zu ändern? Untertitelung des ZDF, 2020